4.000 Leute, das ist ganz schön viel. Und das Radio ist auch da. Guten Tag, sind Sie vom KUKA KÖ? Jo Mann. Und was machen Sie hier? Ich unterstütze mit meinem Verein den Umzug. Super, viel Spaß noch. Danke. Hallo Herr Soldat. Ich bin kein einfacher Soldat, ich bin ein Offizier der Bundeswehr. Was macht die Bundeswehr denn hier? Wir schützen die Leute, aber wir wollen auch neue Rekruten anwerben. Okay, viel Spaß noch. Ja, ja. Oh, so viele Sponsoren. So ein Fest kostet bestimmt viel Geld. Und Musik gehört natürlich auch dazu. Guten Tag Herr Hauschild. Nein Halli, ich bin Herr Zander, ich bin noch bis 1. Juni Bürgermeister. Entschuldigung Herr Oberbürgermeister, können Sie mir etwas über das Fest erzählen? Viele Vereine und Musiker der Stadt unterstützen uns dabei. Aha, sehr interessant. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020